Die irakische Armee hat die Stadt Shirkat zurückerobert. Unterstützt durch Luftangriffe der US-geführten Militärkoalition hatten irakische Streitkräfte zusammen mit schiitischen Milizen am Dienstag eine Offensive auf die Stadt am Tigris gestartet. Shirkat war im Juni 2014 von den IS-Dschihadisten eingenommen worden. Die Eroberung der etwa 100 Kilometer südlich der IS-Hochburg Mosul gelegenen Stadt gilt als wichtige Etappe auf dem Weg nach Mosul. Sie beherrscht die Nachschublinien für den Luftwaffenstützpunkt Qajara, der als Ausgangspunkt der Mosul-Offensive dienen soll. Der irakische Ministerpräsident Haider al-Abadi hatte angekündigt, die von den IS-Dschihadisten im Irak gehaltenen Gebiete bis zum Jahresende einnehmen zu wollen. Zuletzt hatte die irakische Armee die bedeutende Stadt Fallujah aus den Händen des IS erobert. Ausgleichen mit dem Anniasen.